Und start! Wo laufen sie denn? Wo laufen sie denn? Ja, wo laufen sie denn hin? Mein Gott, wie aufregend! Ach, ist das Wasserblau! Jetzt finischen wir! Sie finischen ins Wasser, pfui! Mein Gott, bist du blöd! Und was ist mit dem Rest der Familie? Haben die auch alle diese Nase? Du könntest die kleine Tochter von Cyrano vom Dasrack sein. Dem Langnasigen hast du den Film schon gesehen. Wird dir gefallen! Wie wäschst du dich? Ich mache es auch. Und dann so. Und dann so. Oh, ist der interessant. Ich mache es eher so. So.